Die industriellen Tochter Leonie van der Leuk steht heute vor Gericht. Sie soll bei einem Zeltausflug ihren Ex-Liebhaber Jens Tellmann aus verschmähter Liebe in eine tiefe Schlucht im Wald gestoßen haben. Jens Freundin Lee Yong Kim ist von Leonies Schuld überzeugt. Wie wird Jens Schwester Janett der Tatverdächtigen Leonie van der Leuk in der Verhandlung gegenübertreten? Ist die Angeklagte wirklich eine eiskalte Verbrecherin? Papa, schau doch, wie ich aussehe. Ich bin total verschmutzt und wahrscheinlich habe ich sogar Läuse. Tu doch was. Du weißt, ich tue alles für dich. Ich tue alles, was ich kann. Ich darf nur eine Stunde raus. Du musst jetzt stark bleiben. Und das Essen ist auch furchtbar. Jetzt tue doch endlich was. Ich werde alles für dich tun, das weißt du. Sie bleiben jetzt bitte fern und setzen sich da vorne wieder hin. Nehmen Sie bitte Platz, meine Damen und Herren. Das Beratungszimmer hat ja bekanntlich Ohren. Darf ich mal fragen, was hier eben los war? Ich habe meine Tochter begrüßt, Herr Richter. Guten Morgen. Dann setzen Sie sich mal wieder, Herr van der Leuk. Wir wollen jetzt die Verhandlung beginnen und es wäre schön, wenn Sie sich dann im Publikum etwas zurücknehmen würden. So, dann nehmen wir bitte mal für das Protokoll auf. Ich eröffne die Sitzung der Großen Strafkammer als Schwurgericht in der Strafsache gegen Leonie van der Leuk wegen Totschlags. Die Gerichtsbesetzung ist allen Verfahrensbeteiligten mitgeteilt worden. Erschienen sind die Angeklagte vorgeführt aus der Justizvollzugsanstalt in Beistand Ihres Verteidigers, Herr Rechtsanwalt Broscheidt und als Vertreterin der Staatsanwaltschaft in der heutigen Sitzung, Frau Staatsanwältin Paukenshof. Frau van der Leuk, wenn Sie bitte hier vorne Platz nehmen wollen, möchten Sie zunächst zu Ihrer Person befragen. Ihr voller Name ist Leonie van der Leuk, Sie sind am 12. April 1980 in Köln geboren. Ledig, wohnhaft bei Ihren Eltern in Köln. Sie befinden sich allerdings zur Zeit, Zeit dieser Geschichte hier in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt. Ja, ich bin unschuldig, das ist alles eine Farce hier. Frau van der Leuk, zum Tatvorwurf können Sie sich gleich äußern. Was machen Sie beruflich? Ich bin Assistentin der Geschäftsleitung im Pharmakonzern meines Vaters. Wie hoch ist Ihr Einkommen? Ich bekomme kein Geld, ich arbeite, also ich bekomme kein Gehalt. Aber von irgendwas müssen Sie erleben? Ja, mein Vater zahlt mir eine monatliche Apparnasch, so um die 5000 Euro. Sie sind nicht vorbestraft, keine Anklagungen, es sind noch Fragen zur Person. Von Ihrer Seite auch keine mehr, dann darf ich Sie um die Verlesung der Anklageschrift bitten, Frau Staatsanwältin. Der Angeklagten Leonie van der Leuk wird folgendes zur Last gelegt. Am 22. August 2003 machte die Angeklagte gemeinsam mit dem Opfer Jens Tellmann, dessen Schwester Jeanette Tellmann und den Zeugen Felix Kubitschek, Sandra Schweiger, Lyon Kim und Marcel Fangert einen Ausflug in die Eifel nach Schleiden. Die sieben Freunde bauten ihr Zelt auf dem Campingplatz im Wald auf und begaben sich gegen Abend dann gemeinsam zum nahegelegenen See, um dort zu baden. Jens Tellmann und der Zeuge Marcel Fangert blieben etwas hinter der Gruppe zurück, um sich in Ruhe unterhalten zu können. Die Angeklagte sprach auf dem Weg zum See die ganze Zeit davon, dass sie Jens Tellmann in dieser Nacht wieder verführen würde. Die beiden hatten vor einiger Zeit bereits einmal miteinander geschlafen. Jedoch hatte sich daraus nicht, wie von der Angeklagten erhofft, eine Beziehung entwickelt. Als die Angeklagte an diesem Abend weiter Anspielungen wegen Jens Tellmann machte, teilte ihr die Zeugin Lyon Kim irgendwann mit, dass sie schon seit sechs Wochen mit Jens zusammen sei. Daraufhin rastete die Angeklagte völlig aus und schrie die erschrockene Zeugin mit den Worten Wenn ich ihn nicht kriege, dann auch keine andere und du schon gar nicht an. Wut entbrannt stürmte sie davon, um Jens Tellmann zur Rede zu stellen. Dieser befand sich gerade auf dem Weg zum See, zu den anderen. Der Zeuge Fangert war zum Zeltplatz zurückgelaufen, da er den Grill schon anzünden wollte. Als die Angeklagte auf Jens Tellmann traf, kam es zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Angeklagte in voller Wut in eine tiefe Schlucht stieß. Dabei nahm sie seinen Tod zumindest billigend in Kauf. Als Jens Tellmann sie schwer verletzt unten in der Schlucht liegend um Hilfe anflähte, entfernte sie sich, ohne sich um Jens Tellmann zu kümmern, der kurz darauf seinen schweren Verletzungen erlag. Die Angeklagte wird somit des Totschlags beschuldigt, trafbar gemäß § 212 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Vielen Dank, Frau Staatsanwältin. Frau van der Leuk, es steht Ihnen als Angeklagte vor Gericht frei, ob Sie etwas sagen wollen. Sie können selbstverständlich Stellung nehmen, Sie müssen das aber nicht. Sie haben auch das Recht zu schweigen. Ich gehe davon aus, dass Sie sich mit Ihrem Verteidiger besprochen haben, ob Sie Erklärungen hier abgeben wollen. Ja. Heißt das, Sie möchten zur Anklage Stellung nehmen? Ja, die Frau Staatsanwältin hat es eben noch mal verlesen, was Ihnen zum Vorwurf gemacht wird. Was sagen Sie denn dazu? Also das ist totaler Schwachsinn. Ich habe Jens nicht umgebracht. Das stimmt überhaupt nicht. Bevor ich Ihre Vernehmung fortsetzen will, hören wir uns vielleicht am besten mal diesen Mitschnitt an, die Diktierfunktion des Herr van der Leuk. Sie ist unschuldig. Es ist mein Kind. Setzen Sie sich augenblicklich auf Ihren Stuhl. Setzen Sie sich augenblicklich auf Ihren Stuhl. Wenn Sie die Verhandlung leiden wollen, dann können Sie gerne hier nach vorne kommen, aber das geht nicht, weil im Gesetz steht, dass der Kamervorsitzende die Verhandlung leidet. Und Sie setzen sich jetzt wieder hin. So, ich habe gerade erwähnt, dass die Diktierfunktion des Handys des Opfers bei diesem Sturz wohl eingeschaltet worden ist oder eingeschaltet war. Jedenfalls ergibt sich dort ein Mitschnitt, den ich an dieser Stelle mal zunächst anhören möchte. Das waren offensichtlich die letzten Worte von Herrn Tellmann. Können Sie uns sagen, Frau van der Leuk, warum der Herr Tellmann mit Ihnen gesprochen hat in dieser Situation? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn gefunden. Auf dem Waldboden habe ich seine Jacke gefunden. Und dann habe ich ihn unten in der Schlucht gesehen. Ich weiß auch nicht. Es ist alles so furchtbar. Vielleicht erzählen Sie uns mal der Reihe nach, was an diesem Nachmittag passiert ist. Also wie jedes Jahr trifft sich unsere Clique. Und wir fahren zusammen zum Reggae-Festival nach Schleiden, wo wir auch immer campen. Das war auch so an diesem Tag. Und naja, nachdem wir das Zeltlager aufgeschlagen hatten, wollten wir alle zum See schwimmen gehen. Und wir sind vorgegangen und Marcel und Jens sind aber etwas zurückgeblieben. Aber wissen Sie, das hat uns auch nicht weiter gestört. Ich meine, wir waren alle super gut drauf und wollten auch einfach nur schwimmen gehen. Ja, und wie war das dann mit dem Schwimmen? Ja, also wissen Sie, der Teich oder der See, der war mir einfach voller Entengrütze und einfach widerlich. Also nee, das habe ich mir dann auch... Also Sie sind nicht schwimmen gegangen? Nein. Gut, was haben Sie denn dann gemacht? Ich bin zurück zum Campingplatz, weil am See waren wir auch einfach zu viele Mücken. Welche Beziehung hatten Sie denn zu dem Opfer, dem Jens Tillmann, Frau von der Leuke? Jens und ich kannten uns seit der Schulzeit. Und Sie müssen wissen, wir haben immer die gleichen Interessen gehabt und haben uns einfach super gut verstanden und haben viel zusammen unternommen und ich habe Jens sehr geliebt. Tja, und es ist doch wohl so, dass als die Zeugin Kim Ihnen am See eröffnet hat, dass Sie, die Frau Kim, mit dem Herrn Jens Tillmann eine Beziehung hat, da sind Sie ausgerastet. Und zurückgegangen, um den Herrn Tillmann zur Rede zu stellen. Das ist doch alles völlig absurd. Jens hätte sich niemals mit Kim eingelassen. Die ist überhaupt nicht auf seinem Niveau. Aha, gut. Dann ich zähle jetzt mal die Zeugen auf, die wir alle haben. Es gibt nämlich vier Stück an der Zahl, die Frau Tillmann, die Frau Schweiger, die Frau Kim und der Herr Kubitschek, die übereinstimmend aussagen, dass Sie den See wütend nach einem Streit verlassen haben und nach einem Streit mit der Frau Kim. Das ist doch völlig absurd. Die haben sich doch alle gegen mich verschworen. Ich habe Jens nicht umgebracht. Aha. Gut. Also Sie fanden ihn, wie Sie uns vorhin erzählt haben, dort unten liegend. Was haben Sie denn unternommen, nachdem Sie den Herrn Tillmann da wahrgenommen hatten, wie er da unten lag? Ja, ich war völlig geschockt. Ich meine, das ist ja wohl total klar, wenn der Mensch, den Sie lieben, unten in der Schlucht liegt, ja. Ich war nicht bei meinem Sinn. Ich bin einfach losgelaufen. Sie sind losgelaufen und zurückgelaufen, um Hilfe zu holen bei den anderen. Genau, um den anderen Bescheid zu sagen, weil ich hatte mein Handy im Zelt liegen lassen. Warum sind Sie nicht dann direkt zum Zelt zurückgelaufen, zum Zeltplatz? Die Entfernung war doch die gleiche und von dort hätten Sie einen Notarzt holen können. Verstehe ich nicht. Ich konnte doch überhaupt nicht logisch denken. Ich war total geschockt. Verstehen Sie das nicht? Nee, das verstehe ich nicht so ganz. Ich glaube, dass Sie sogar ziemlich logisch gedacht haben, weil Sie nämlich zum See zurückgelaufen sind. Warten Sie bitte, ich rede jetzt. Weil Sie Zeugen brauchten, ja. Weil Sie Zeugen brauchten, die bestätigen, dass Sie verstört sind. Das ist der Grund, warum Sie zum See gelaufen sind. Das ist doch völlig absurd. Herr Pfanderleuk, hören Sie endlich auf, meine Tochter zu beschuldigen. Herr Pfanderleuk, nehmen Sie umgehend wieder Platz. Sie haben mein Wort, meine Tochter ist unschuldig. Ihr Wort ist leider in der Strafprozessordnung als Beweismittel nicht zugelassen. Also setzen Sie sich auf Ihren Platz. Das war der letzte Zwischenruf, den ich von Ihnen hier höre. Andernfalls verlassen Sie umgehend diesen Gerichtssaal. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt. Ja, und es geht im Übrigen hier nicht nur um Ihre Tochter, sondern es geht auch um den ermordeten Jens Tellmann. Ja, aber für mich geht es um meine Tochter. Ja, aber Sie hat doch versucht, Hilfe zu holen. Sie ist zurückgelaufen zu den anderen. Logisch denken hin und her. Da lag jemand zerschmettert in der Schlucht. Da kann Sie nicht logisch denken. Aber lieber Herr Verteidiger, Sie hat erst dann Hilfe geholt, als Sie den Herrn Tellmann da schon runtergestoßen hatte. Die beiden hatten einen Streit und er hatte, das vermute ich nicht, da gibt es eine ganze Menge Indizien für. Dass sie ihn runtergestoßen hat, ist eine Vermutung. Ich nehme an, Sie sprechen die Verletzung an, die die Angeklebte auch hatte. Das medizinische Gutachten beweist das eindeutig. Ja, dann will ich das mal bei dieser Gelegenheit verlesen, vom 23.8. datieren. Sie hatten ja Verletzungen. Sie wurden am 22.8. gegen 23 Uhr in die Notaufnahme eingeliefert mit akutem Schockzustand und zahlreichen Schürfwunden sowie eine Prellung der linken Gesichtshälfte. Die Wunden wurden gesäubert und desinfiziert. Sie haben dann wegen des Schockzustandes eine Berührungsspritze bekommen. Können Sie uns das mal ein bisschen erklären, wieso Sie Verletzungen hatten? Ja, was glauben Sie denn, als ich ihn da unten in der Schlucht habe liegen sehen? Ich bin mit der Jacke in der Hand, ich wollte zu den anderen, ich bin, es war stockdunkel, ich bin durch den Wald gerannt, ich bin über Wurzeln, Steine, ich weiß es doch auch nicht, bin ich gestolpert und hingefallen. Und deshalb diese Verletzungen. Ja, deshalb oder vielleicht auch aus einem ganz anderen Grund. Sie hatten nämlich Streit mit dem Herrn Tellmann. Die Verletzungen stammen von ihm, als er sich versucht hat, gegen Sie zu wehren und Sie waren so aufgebracht, dass er keine Chance gegen Sie hatte. Ich bitte Sie, können Sie mich bitte mal anschauen? Glauben Sie, ich käme gegen diesen stämmigen Mann an? Also ich habe doch gar keine Kraft, ihn irgendwo runterzustoßen. Also ich denke, dass auch Sie wissen, dass Menschen, wenn man in rasender Wut ist, Kräfte entwickeln, die so ungeheuerlich sind, dass man überhaupt gar keine Vorstellung davon hat, dass man diese Kräfte hat. Also teilweise entwickeln Staatsanwältinnen auch in ihrer blühenden Fantasie Theorien, die auch ziemlich hanebüchen sind. Ach Herr Kollege, die Beweise sind hier ziemlich eindeutig. Sie ist verletzt, aber wodurch sie verletzt worden ist, das haben wir noch nicht bewiesen. Nein, das heißt bewiesen, sie hat uns irgendeine Geschichte erzählt. Ich habe keine weitere Frage. Ich habe noch eine Frage. Wie glauben Sie denn, wie Herr Tellmann in die Schlucht gefallen ist, gestürzt ist oder wer ihn da hätte reinschubsen können? Wissen Sie, Jens war an dem ganzen Tag schon ein bisschen durcheinander. Er hat sich auch beim Zelteaufbauen schon verletzt. Ja, und letztes Jahr haben wir ein Liebespärchen in der Schlucht gesehen. Und vielleicht wollte er gucken und es war ein Unfall. Warum denn auch nicht? Gut, dann verlese ich an dieser Stelle noch den Obduktionsbericht des Gerichtsmedizinischen Instituts in Köln vom 27.08. Die Zusammenfassung lautet wie folgt. Der untersuchte Leichnam wies zahlreiche Knochenbrüche, Quetschungen, Hautabschürfungen und Hämatome auf. Bei der Obduktion wurde ein stumpfes Bauchtrauma und ein Milzriss festgestellt. Die Untersuchung ergab weiterhin ein schweres Schädelhirntrauma, infolgedessen der Tod eintrat. Diese Verletzungen lassen sich auf den Sturz zurückführen. Der Todeszeitpunkt lag aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen 21 und 21.30 Uhr. Das folgt die Unterschrift. Fragen noch an die Angeklagte? Nein, von Ihrer Seite auch nicht. Gut, dann sind Sie bitte so nett neben Ihrem Verteidiger Platz. Wir treten dann in die weitere Beweisaufnahme ein, rufen als erstes Janett Tellmann herein. Frau Tellmann, bitte. Frau Tellmann, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Frau Tellmann, die Kammer hat Sie zum heutigen Termin als Zeugin geladen, weil Sie uns bei der Wahrheitsfindung helfen sollen. Deshalb müssen Sie als Zeugin auch die Wahrheit sagen. Sie würden sich im Fall einer Falschaussage strafbar machen, unabhängig davon, ob Sie vereidigt werden oder nicht. Ja. Sie heißen Janett Tellmann, sind 26 Jahre alt, ledig wohnhaft in Krefeld. Ja, das stimmt. Und Sie besitzen dort ein Kosmetikstudio, ja? Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Nein. Obwohl, Leonie hat alles dafür getan, dass sich das ändert in letzter Zeit. Aber dass sie so weit gehen würde, damit habe ich nicht gerechnet. Frau Tellmann, bei allem Verständnis für Ihre Trauer, vielleicht überlassen Sie es uns, hier zu klären, ob die Angeklagte nun wirklich schuld ist an dem, was geschehen ist oder nicht. Bitte verstehen Sie mich. Jens war mein Bruder. Und Jens war für mich ein ganz besonderer Mensch. Jens war nicht so wie die anderen hier. Seitdem Jens tot ist, ich vermisse ihn so. Meine ganze Familie hat sich verändert. Meine Mutter hatte einen Nervenzusammenbruch. Mein Vater redet mit niemandem mehr. Meine Familie ist nicht mal da heute. Jenny, ich habe ihn unten in der Schlucht gefunden. Hör doch auf zu lügen! Ich lüge nicht, ich hab ihn gefunden. Na klar, nachdem dir Kim gesagt hat, dass sie mit Jens zusammen ist, da bist du total ausgelassen. So ein Schwachsinn! Na, es war doch so. Du bist doch in den Wald gelaufen, um Jens zu suchen. Und dann hast du ihn auch runtergestoßen, nur weil er nichts für dich empfindet. Sie können es doch auch andersrum sehen. Sie hat ihn geliebt. Warum hätte sie ihn dann runterstoßen sollen? Das ist doch Blödsinn. Man kann, muss doch nicht immer, wenn man jemanden liebt und Liebe wird nicht erwidert, ihn umbringen. Dann wären wir mittlerweile alle tot. Weil Jens sie nicht liebte. Jens wollte nichts von ihr. Ja, aber das ist doch normal. Der eine liebt den anderen und der andere liebt nicht zurück. Das ist doch nichts Außergewöhnliches. Ja, aber Leonie verträgt es aber nicht, wenn man ihr sagt, dass man sie nicht liebt. Wenn man ihr Nein sagt, dann rastet sie aus. Das hat man ja gesehen. Du hast mir richtig Angst gemacht, wie du in den Wald gerannt bist. Lüg doch nicht hier rum. Frau, Thelmann, vielleicht erzählen Sie uns einfach zunächst mal der Reihe nach, was an diesem Tag passiert ist. Ja, wir sind alle zusammen an den See gegangen. Jens und Marcel blieben noch ein Stück zurück, weil die beiden hatten sich unterhalten. Die hatten sich lange nicht gesehen. Und Leonie lag uns die ganze Zeit schon in den Ohren. Das wäre das letzte Wochenende als Single für Jens. Sie würde ihn jetzt unbedingt rumkriegen wollen. Das hatten alle gehört. Und Kim hat das Geschwafel einfach nicht ertragen von dir. Und dann hat Kim erzählt uns am See, dass sie mit Jens zusammen ist. Ich habe das vorher auch nicht gewusst. Und dann hat sie es gesagt. Und daraufhin ist Leonie ausgerastet. Zuerst hast du nur gelacht. Aber dann hast du doch laut genug gekeift. Wenn ich ihn nicht kriege, dann noch keine andere. Und schon gar nicht du hast du, Kim, angeschrien. So ein Blödsinn. Und dann ist sie in den Wald gerannt. Also meine Mandantin hat uns aber erzählt, dass dieses Gespräch mit Frau Kim, was Sie hier gerade erwähnen, gar nicht stattgefunden hat. Und dass sie stattdessen zum Campingplatz gelaufen ist, weil der See zu dreckig war. Das ist doch Schwachsinn. Das ist nicht wahr. Sie ist zurückgerannt, weil sie Jens zur Rede stellen wollte. Sie wollte Jens fragen, ob das wahr ist mit Kim. Und als Jens ihr gesagt hat, dass er mit Kim zusammen ist, da ist sie ausgerastet. Da hat sie ihn da runtergestoßen. So ein Quatsch. Das stimmt überhaupt nicht. Du weißt ganz genau, dass Jens sich nie mit Kim eingelassen hätte. Er wollte nur mich. Er wollte nur mich. Und das weißt du ganz genau. Leonie, ihr hattet Monate vorher einen One-Night-Stand. Und er hat darauf gebrannt, dass er wieder mit mir schläft. Er hat darauf gebrannt. Du bist doch nicht ganz sauber. Jens hat dir danach gesagt, dass es aus ist. Kim ist doch gar nicht auf seinem Niveau. Das hat sie gesagt. Ich habe ihn nicht umgebracht. Frau van der Leuk, sind Sie jetzt bitte mal so nett und fallen der Zeuge nicht dauernd ins Wort. Eine Frage habe ich noch. Bitte. Aber Sie haben nicht selber gesehen, wie Sie, Herrn Tellmann, runtergestürzt haben. Nein. Okay. Keine weiteren Fragen? Nein. Dann bleibt jetzt Angehörige des Geschädigten nach 61 zu über 2 Unveradigt. Nehmt bitte dort hinten Platz. Dankeschön. Dann rufen Sie als nächstes bitte Herrn Kubitschek auf. Herr Kubitschek, bitte. Bitte kommen Sie auch nach vorne, Herr Kubitschek. Nehmen Sie Platz. Herr Kubitschek, auch Sie müssen als Zeuge vor Gericht die Wahrheit sagen, Sie würden sich im Falle einer Falschaussage strafbar machen. Sie können vereidigt werden, aber die Strafbarkeit hängt von dieser Vereidigung nicht ab. Auch eine unendliche Aussage ist strafbar, ja. Ihr voller Name ist Felix Kubitschek, sind 28 Jahre alt, ledig, wohnhaft in Köln. Das ist richtig. Sie sind Sportredakteur. Das ist auch richtig, ja. Mit der Angeklagten der Frau von der Leuch sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Nein. Leonie und ich, wir sind lediglich Freunde. Und damit es da auch keine Missverständnisse gibt, es ist rein platonisch zwischen uns. Also wir sind zusammen in einer Clique. Verstanden. Naja, und seit der Sache mit Jens hat sich in unserem Freundeskreis auch einiges geändert. Ja, Sie sprachen ja gerade die Clique an. Sie waren ja zusammen mit dieser Clique am 22. August auch unterwegs. Was ist denn da passiert? Was haben Sie noch in Erinnerung? Ja, wir hatten zusammen die Zelte aufgebaut und wollten danach alle zusammen zum Schwimmen an den See gehen. Und Leonie hat auf dem gesamten Weg über sich und Jens geredet und dass sie ihn an dem Abend wieder rumkriegen wollte. Und naja, Kim hat dann irgendwann zu viel gekriegt, weil sie ist mit Jens zusammen. Und das hat sie dann gebeichtet, das wussten die anderen bisher noch nicht. Und ja, sie ist völlig ausgerastet daraufhin, hysterisch geworden und hat gesagt, dass niemand außer ihr Jens kriegen könnte. Und ja. Felix, wenigstens du solltest hier die Wahrheit sagen. Ach komm, spinn doch nicht rum. Das hat doch jeder mitgekriegt, wie du da rumgekreischt hast. Gut, wie ging es weiter? Was ist dann passiert? Ja, danach waren ich, Kim und Janett zusammen schwimmen und dann ist Sandra, hat sich wieder angezogen und ist hinter Leonie hinterher gelaufen und in den Wald auch. Ja, irgendwie verlieben sich immer die Falschen. Was meinen Sie damit? Es verlieben sich immer die Falschen? Ach, nichts. Wie, nichts. Sie haben doch gerade gehört, Sie müssen die Wahrheit hier sagen. Ich kann Sie auch vereidigen lassen. Was meinen Sie damit? Also, Herr Kubitschek, zu einer wahrheitsgemäßen Aussage gehört auch, dass man nichts verschweigt, nichts weglässt. Also nochmal, was haben Sie gerade damit sagen wollen, als Sie sagten, es verlieben sich immer die Falschen? Naja, also Sandra hat mir und Kim mein Geheimnis anvertraut. Sind Sie bitte so nett und weinen uns in dieses Geheimnis ein? Sie sprechen ja von der Sandra Schweiger, ne? Ja, das ist richtig. Also, Sandra ist lesbisch und... Bitte? Sie steht schon seit der Schulzeit auf Leonie und sucht in jeder Möglichkeit, in jedem Moment eigentlich die Möglichkeit, ihr näher zu kommen. Versucht alles und ist dann wahrscheinlich hinterhergerannt, um sie zu trösten und insgeheim hat sie, glaube ich, gehofft, dass Leonie ihre Gefühle irgendwann erwidern würde. Das ist ja widerlich. Und ich dachte, sie wäre einfach nur anhänglich mit ihrer betüttelten Art. Dabei hat sie mich angemacht. Ey, das ist ja das Letzte. Also, ich finde das schon eine ziemlich interessante Neuigkeit, denn damit hatte Sandra Schweiger auch ein Tatmotiv. Sie wollte nämlich Herrn Tellmann als ihren Konkurrenten ausschalten. Ja, das ist doch total klar, dass ich da nicht schon selbst drauf gekommen bin. Sie wollte ihn einfach aus dem Weg schaffen. Ja, aber das ist doch Blödsinn, weil Sandra wusste ja, dass Jens überhaupt nichts von dir will. Ja, also, Herr Verteidiger, Entschuldigung auch. Selbst wenn die Zeugin Schweiger, was ja nun ganz in Sternen steht, ein Tatmotiv gehabt hätte, so war es ihre Mandantin, die mit der Jacke des Opfers in der Hand angerannt kam. Ja, aber dass sie jetzt zufällig die Jacke in der Hand hat, macht sie ja nicht automatisch zur Täterin. Naja gut, also fest steht, es hat an den Klippen eine handgreifliche Auseinandersetzung gegeben. Aber nicht mit wem. Aber nicht mit wem. Moment, und dann hat ihre Mandantin genau diese Jacke des Opfers von da dann in der Hand und kommt mit dieser Jacke in der Hand angelaufen. Komischer Zufall, oder? Weil ich die Jacke gefunden habe. Es kann ja auch sein, dass Jens einfach die Jacke verloren hat und als er sie wieder aufheben wollte, irgendwie abgerutscht und drunter gestürzt ist. Wir können alle hier jetzt noch wilde Spekulationen darüber anstellen, ja, also wohl kaum, nur ich denke, dass das auch nicht unbedingt ihre Aufgabe ist. Da habe ich eher eine Frage an Sie. Sie waren doch noch am See, als die Angeklagte dann da aus dem Wald oder zurückkam. Was für einen Eindruck hat, wie war sie drauf, was für einen Eindruck hat sie gemacht? Ja, Leonie war total verstört, verständlicherweise. Sie kam wieder und ihr ganzes Gesicht war blutverschmiert. Sie hat gekreischt und gelacht gleichzeitig, hat Jens gebrüllt und in den Wald gezeigt, ist dann selbst auch in den Wald gelaufen. Und wir sind natürlich alle hinterher, weil wir gemerkt haben, dass was Ernstes passiert ist. Und als wir dann da waren, ist sie auf die Knie gefallen und hat Jens gerufen und wieder gelacht und geheult. Also sie war wirklich total hysterisch. Und naja, also da wussten wir schon, dass sie irgendwas damit zu tun hat. Und wo war die Frau Schweiger zu dem Zeitpunkt, als Sie ihn da gesehen haben? Na ja, als wir Jens halt da liegen haben sehen, sind wir sofort zum Zellplatz, um Hilfe zu holen. Und auf dem Weg dahin kam uns Sandra schon entgegen, weil sie hatte von Marcel wiederum erfahren, dass Leonie nicht am Zellplatz ist. Und da wollte sie ja zurück zum See kommen. Das heißt, sie hatte also neben dem Motiv auch noch die Möglichkeit, Herr Tellmann, von den Klippen zu stoßen. Ja, aber das ist völlig ausgeschlossen. Also ehrlich gesagt, wenn ich sie jemandem zutraue, dann eher Leonie. Ähm, sagen Sie mal, Sie halten es also für möglich, dass die Angeklagte wirklich die Kontrolle über sich verloren hat, in Rage geraten ist? Ja, absolut. Ähm, ich kenne Leonie schon eine ganze Weile und ein Nein ist für sie absolut inakzeptabel. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sich einfach gestritten haben und während der Streiterei ist es halt zu einem Unfall gekommen und Jens ist die Klippe runtergestürzt. Ich habe Jens nicht umgebracht. Ich habe ihn gefunden. Wie oft denn noch? Hör doch endlich auf zu lügen! Hör doch endlich auf zu lügen, Mensch! Meine Damen, bitte. Noch Fragen an den Zeugen? Nein, keine. Keine mehr. Dann bleibt im allseitigen Einverständnis. Nach 61, Ziffer 5, Unvereinigt. Nimm bitte dort hinten Platz. Dankeschön. Und dann rufen Sie bitte die Zeugin Schweiger herein. Frau Schweiger, bitte. Wie das nicht an? Du, du, du bist diejenige, die Jens umgebracht hat! Frau van der Leuk, ich habe das jetzt lange genug geduldet. Ich habe auch gewisse Rücksicht mit einer Angeklagten, die sich verteidigen will. Aber wenn Sie in diesem Ton weitermachen, kriegen Sie Ärger mit mir. Und jetzt halten Sie sich zurück. Herr Richter, bei aller Demut, Sie verbieten meiner Tochter den Mund? Und die wahre Täterin läuft hier frei herum? Genau! Herr Broscheid, tun Sie endlich etwas für Ihr Geld! Wofür bezahle ich Sie denn? Sessen Sie sich wieder hin! Und das ist nicht zu knapp, Herr Broscheid! Warten Sie mal ab! Ich habe jetzt genug, Herr van der Leuk, ich habe es Ihnen vorhin gesagt. Und ich kann eins auf den Tod nicht ausstehen, wenn jemand meint, hier in die Verhandlungsführung eingreifen zu müssen. Dort ist die Tür, Sie warten bitte draußen. Und Frau van der Leuk, Sie halten sich jetzt bitte auch zurück. Wenn Sie Fragen an Zeugen haben, können Sie die stellen. Aber Sie kommentieren hier nicht alles. So, Frau Schweiger, wir haben Sie als Zeugen geladen zum heutigen Termin, weil Sie uns bei der Wahrheitsfindung helfen sollen. Deshalb müssen Sie auch die Wahrheit sagen. Sie würden sich im Fall einer Falschaussage strafbar machen, egal ob Sie hier vereidigt werden oder nicht. Sie heißen mit Vornamen Sandra, sind 25 Jahre alt, wohnhaft in Aachen. Ja, das stimmt. Schreinerin vom Beruf? Ja, richtig. Mit der Angeklagten weder Verwandt noch verschwägert? Nein, Leonie und ich sind nur Freundinnen. Wie haben Sie den 22. August 2003 in Erinnerung? Ja, also bis auf Marcel und Jens waren wir alle am See. Und dann haben die Kim und die Leonie sich gestritten. Es ging um Jens. Und daraufhin ist Leonie ja einen Wutentbrand abgehauen. Was haben Sie daraufhin gemacht, Frau Schweiger? Ich bin in den Wald. Ich musste mal austreten. Und Sie sind nicht zufällig hinter meiner Mandantin hergelaufen, weil Sie sich in sie verliebt haben und weil Sie mitgekriegt haben, dass die Zeugin Kim, die wir ja noch hören werden, eben ihr erzählt hat. Wie kommen Sie denn jetzt darauf? Was Sache ist. Hey, sorry Sandra. Das ist mir rausgerutscht. Ich muss das sagen. Ich dachte, ich konnte dir vertrauen. Ich dachte, du bist mein Freund. Frau Schweiger, das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Ein Zeuge vor Gericht muss umfassend und wahrheitsgemäß angeben, was er gesehen, mitbekommen hat. Und da blieb dem Herrn Kubitschik nur nichts anderes übrig. Da brauchen Sie ihm gar keine Vorwürfe mal. Letzten Endes ist es doch auch nicht so schlimm. Du bist halt lesbisch, aber das ist doch heutzutage nichts Schlimmes. Aber es ist widerlich. Verstehst du? Es ist widerlich. Ich will dich nie wieder. Frau Van der Leuk, ich habe jetzt genug von Ihren Äußerungen. Vor allen Dingen, wenn Sie so despektierlich sind und beurteilen wollen, ob das nun widerlich ist oder nicht. Deshalb nach Beratung am Tisch gegen die Angeklagte wird ein Ordnungsgeld von 100. Ne, machen wir 200. Sie ist ja recht wohlhabend mit ihrer Appanage. 200 Euro ersatzweise zwei Tage Ordnungshaft verhängt. Und diese Ordnungshaft unterbricht jede andere Art der Haft. Nur damit Sie Bescheid wissen. Also ich kann nur noch mal feststellen, Sie haben damit ein Motiv gehabt, Herrn Tellmann von der Klippe zerstoßen. Herr Bruchert, entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen da ins Wort falle. Aber Sie wissen, dass ich die Zeugin belehren muss, wenn eine Frage so gestellt wird. Frau Schweiger, Sie müssen sich als Zeugin nicht selbst belasten. Das heißt, wenn Sie bei wahrheitsgemäßer Beantwortung sich selbst im Verdacht einer Straftat aussetzen würden, können Sie die Beantwortung verweigern. Welches Verhältnis haben Sie denn zu dem Herrn Tellmann gehabt? Also Jens und ich waren Freunde schon seit Jahren. Wir sind schon zusammen zur Schule gegangen. Und deshalb, ich würde es nie tun. Ich würde nie jemanden umbringen. Also ich würde schon sagen, dass das hier sehr plausibel wäre. Er war Ihr Konkurrent. Sie waren Frau von Leuch sehr zugetan. Und Sie haben gemerkt, dass die beiden miteinander mehr als nur befreundet waren. Ja, aber ich wusste, dass Jens nichts von Leonie will. Woher wussten Sie das denn? Weil er ja mit Kim zusammen war. Das wusste ich ja. Und ich wusste auch schon lange, dass du nichts für mich empfindest, dass es auch gar keinen Sinn hat. Sicherlich. Ich habe versucht, nicht euerm Lebensstandard anzupassen und mitzuhalten. Aber ich habe ja irgendwann eingesehen, dass es keinen Sinn macht. Und man kann halt nichts erzwingen. Und von daher steht das völlig außer Frage. Sandra, um dir diesen Lebensstandard zu finanzieren, hast du dir doch von Jens ständig Geld geborgt. Das waren doch 10.000 Euro. Wie wolltest du das jemals zurückzahlen? Ich habe ihm alles zurückgezahlt, Janett. Und das seit Jahren. Und das ist gar keine Frage. Das kann man auf Kontoauszügen nachweisen. Und da werde ich auch gar nicht weiter drüber diskutieren. Ja, ist doch nicht. Also das lässt sich auch schon ganz leicht nachrecherchieren. Ja, das können wir gerne tun. Wie viel oft und wie viel Sie ihm zurückgezahlt haben. Ja, monatlich. Und damit hätten wir nämlich schon ein zweites Motiv. Herr Kollege, ich bitte Sie. Eifersucht und eine wirtschaftliche Notlage. Ich habe mich wirklich zurückgehalten. Sie haben eben was davon erzählt, dass nicht jeder, der liebt, dann werden wir alle ausgerottet. Genau das Gleiche haben Sie jetzt hier gerade der Zeugin vorgeworfen. Nur weil sie einen anderen liebt oder ihn verliebt ist und die Liebe, die keine Gegenliebe findet, soll sie direkt jemand umbringen. Das ist ihr eigenes Argument gewesen. Genau. Und deshalb kann man es ihr... Also, das Lenken von der eigenen Mandaten abwenden kann man es nicht gegen meine Mandaten verwerten, weil man es hier genauso anwenden könnte. Wir wollen uns jetzt nicht hier auf irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen verzetteln und anfangen über Kontenbewegungen oder sonst was zu ermitteln. Es steht Ihnen unbenommen, Beweisanträge zu stellen. Aber jetzt sind wir bei der Befragung der Frau Schweiger. Geld ist in Ihren Augen kein Motiv? Ich hätte noch eine Frage an die Frau Schweiger. Meinen schon. Sie haben vorhin gesagt, Sie seien in den Wald. Wir wissen mittlerweile nicht zum Austreten, sondern ihr hinterher. Was haben Sie denn... Wie haben Sie sich verhalten? Was haben Sie gemacht, als Sie dann den See verlassen hatten? Wie ging es denn weiter? Ja, es stimmt. Ich bin in den Wald und ich wollte Leonie suchen. Und ich bin dann zurück bis zum Zeltplatz. Aber da bin ich dann nur auf Marcel getroffen. Der hantierte da mit der Grillkohle rum und augenscheinlich war sie nicht dort. Und dann bin ich halt zurück und wollte wieder zurück zu den anderen zum See. Aber die kamen mir auf dem Weg im Wald schon entgegen und waren völlig verstört und haben mir erzählt, dass was Schlimmes mit Jens passiert ist. Und ja. Gibt es sonst noch irgendetwas, was Sie uns zu den Ereignissen des 22. August sagen wollen? Gib es doch endlich zu, dass du ihn umgebracht hast. Sagen Sie mal, habe ich Sie gefragt? Jetzt ist aber mal gut. Ich weiß schon lange, dass du auf mich herab schaust, ja? Aber deshalb würde ich niemals töten. Weißt du, was ich glaube? Du hast ihn umgebracht. Nämlich, weil er nichts von dir wissen wollte. Dein Motiv ist doch viel eindeutiger, ja? Du wolltest bei mir freie Bahn haben und es gelten, dass du ihm sowieso nicht zu hören hast. Nun ist aber gut. Ich hatte Sie eben noch gefragt, gibt es noch irgendetwas, was Sie uns dazu zu sagen haben zu diesem Tag? Oder sonst würde ich die Vernehmung nämlich ganz gerne hier beenden, wenn es nur noch darum geht, wer welche Beziehung hier vermutet. Also ich weiß nur, für Leonie gab es keinen Verzicht und sie konnte es absolut nicht akzeptieren, dass Jens sie nach dem One-Night-Stand zurückgewiesen hat. Und von daher kann es durchaus so gewesen sein. Aber mehr kann ich Ihnen dazu leider nicht sagen. Sieht noch Fragen an die Zeugin? Keine mehr. Nein, von Ihrer Seite auch nicht. Dann bleibt sie im allseitigen Einverständnis nach 61, Ziffer 5 unvereidigt. Nehmen bitte dort hinten Platz, Frau Schweiger, dann rufen Sie Frau Kim herein. Frau Kim, bitte. Frau Kim, bitte nehmen Sie auch hier vorne Platz. Frau Kim, Sie müssen als Zeugin vor Gericht die Wahrheit sagen. Sie machen sich strafbar, wenn Sie etwas Falsches sagen, egal ob Sie hier vereidigt werden oder nicht. Gut, Sie heißen Lee Jong Kim, ist das richtig? Ja, ich heiße Lee Jong Kim, aber meine Freundin nehme ich immer Kim, weil das zu schwierig ist für die. Gut, Sie sind koreanische Staatsangehörige, sprechen ja sehr gut Deutsch, 26 Jahre alt, ledig wohnhaft in Köln. Ja, das stimmt. Und nach meinen Informationen studieren Sie Germanistik, ist das richtig? Ja, ja. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Nein. Frau Kim, hatten Sie mit Jens Tellmann eine Beziehung? Ja, wir waren seit sechs Wochen zusammen und, ähm, naja, wir kannten uns ja eigentlich auch zur Schulzeit und, naja, eigentlich trennten uns Welten, aber dann hat's gefunkt. Und, naja, zu Anfang wollten wir es auch nicht an der großen Glocke hängen, sodass unsere besten oder meine besten Freunde Sandra und Felix davon wussten. Kim, ich bitte dich. Du hattest nie was mit Jens. Was will er denn mit so einer mittellosen Studentin, wie du sie bist? Hör auf damit. Dein ganzes Schickimicki-Gehabe, deine ganzen Shopping-Touren, das war ihm viel zu oberflächlich. Er hat doch nur mit dir gespielt. Ja, sicher doch. Außerdem, ich meine, vielleicht hat er dich ja gemocht, aber akzeptiert. Oder richtig geliebt, hat er dich nie. Und das ist die Wahrheit, Leonie. Und willst du mal was wissen? Guck mal. Guck mal, was Jens mir geschenkt hat, eine Woche vor seinem Tod. Lies! Für Kim von Jens. Wie süß. So ein Kitsch hätte Jens nie verschenkt. Ach, du kannst es ja nicht akzeptieren. Du hast es nie akzeptiert. Du kannst ihn nicht besitzen. Du kannst niemanden besitzen. Frau Kim, was können Sie uns denn zu den Vorfällen vom 22. August nun sagen? Ja, Entschuldigung. Wissen Sie, wir waren ja auf dem Weg zum See, wir wollten baden. Und, naja, da hat Leonie auf dem ganzen Weg die ganze Zeit so geprahlt, dass Jens wild auf sie ist und dass sie ihn rumkriegen will. Und, naja, wissen Sie, da ist mir irgendwann der Senkel geplatzt. Und, naja, eigentlich wollten Jens und ich das am Lagerfeuer später sagen, den ganzen Freunden, dass wir eine Beziehung haben. Aber vorher nicht. Und deswegen habe ich dann, naja, ich musste sie dann halt zur Seite nehmen und ihr dann erklären, dass wir zusammen sind und eine Beziehung haben. Davon träumst du wohl. Ähm, Frau van der Leuk, ich bin jetzt mal dran. Können Sie mir oder uns hier allen sagen, wie die Frau van der Leuk dann auf ihre Offenbarung da reagiert hat? Ja, sie hat sich aufgeregt, sie war richtig sauer, sie hat mich angeschrien. Und dann, dann hat sie plötzlich angefangen zu lachen und sie sagte, der Scherz sei mir gelungen. Aber dann ist ihr der Ernst der Sache bewusst geworden und dann hat sie mich richtig angeschrien. Ja, wenn sie keiner, auf jeden Fall irgendwie, dass ihnen keiner haben kann. Und, naja, dann ist sie weggerannt in den Wald. Und dann ist die Frau Schweigerin gefolgt? Ja, also um wahrscheinlich, um Leonie zu trösten. Also mal, in welchem Verhältnis stand eigentlich die Frau Schweiger zu dem Herrn Tillmann? Die waren befreundet. Wir kannten uns ja alle seit der Schule alle. Frau Kim, wussten Sie denn, dass die beiden quasi Konkurrenten waren? Ne, also wie meinen Sie das jetzt? Kim, du kannst es ruhig sagen. Der Felix hat es vorhin auch schon gesagt und es wissen alle Bescheid. Das ist kein Problem. Nein, das tut mir leid. Okay. Ja, ich wusste oder wir wussten, dass da mehr war als Freundschaft, dass Sandra an Leonie verliebt ist. Und auf jeden Fall, ich kann es überhaupt nicht verstehen, denn Sandra ist ein ganz anderer Typ als Leonie. Aber wieso sie Konkurrenten sein wollte, Jens wollte doch überhaupt nichts von Leonie. Das hat Frau Schweiger aber nicht geglaubt. Sie ist davon ausgegangen, dass die beiden zusammenkommen, nämlich meine Mandantin und Herr Tillmann. Und um das zu verhindern, hat sie dem Ganzen ein Ende bereitet. Außerdem wollte sie ihre wirtschaftliche Abhängigkeit beenden von Herrn Tillmann. Äh, das kann ich nicht glauben. Hast du damit was zu tun? Nein, Kim, du kennst mich doch. Ich würde doch sowas nicht tun. Schon gar nicht wegen Geld. Nein. Herr Kollege, ich bitte Sie. Also Ihre Konstruktionen, ja, Ihre Konstruktionen hier, die Frau Schweiger wusste doch schon längst, dass sie keine Chancen bei ihrer Mandantin hat. Warum soll sie ausgerechnet dann zu diesem Zeitpunkt einen der vielen Nebenbuhler, wovon ich ausgehe bei Ihnen, umbringen? Und dann auch noch den Jens Tellmann, mit dem sie auch noch gut befreundet ist. Also, ich weiß es nicht, bei der Staatsanwaltschaft würde ich sie nicht einstellen. Das liegt ja wohl auf der Hand. Ach ja? Ja? Sie hatte viel triftigere Gründe als ich. Ich habe Jens geliebt. Ach, hör doch auf, du kannst doch gar nicht lieben. Bitte? Sind noch Fragen an die Zeugin? Nein. Dann bleibt sie im allseitigen Einverständnis nach 61, Ziffer 5. Und weil ich nimmt bitte dort hinten Platz. Dankeschön, Frau Kim. Rufen Sie bitte Herrn Fanghardt als nächsten Zeugen auf. Herr Fanghardt, bitte. Herr Fanghardt, wenn Sie bitte auch hier vorne Platz nehmen wollen. Wir haben Sie als Zeugen geladen zum heutigen Termin. Sie sollen uns bei der Wahrheitsfindung helfen und deshalb müssen Sie auch die Wahrheit sagen. Sie machen sich andernfalls strafbar, egal ob Sie hier vereidigt werden oder nicht. Sie heißen Marcel mit Vornamen. Sie sind 27 Jahre alt, ledig wohnhaft in Euskirchen. Das ist richtig. Von Beruf sind Sie Autohändler. Sie sind mit der Frau van Leuken weder verwandt noch verschwägert. Nein. Herr Fanghardt, was können Sie uns über den Abend des 22. August erzählen? Ja, also Jens und ich sind hinter den anderen her zum See und sind ein bisschen zurückgefallen, weil wir ein bisschen rumerzählt und rumgelabert haben. Haben wir ein bisschen uns zurückfallen lassen. Und irgendwann habe ich dann Hunger bekommen, bin zurück zum Campingplatz, wollte mir da was auf den Grill werfen, habe aber die Grillanzüter nicht gefunden, habe ich mir ein Brot gemacht. Und dann war es mir auch zu spät und dann habe ich am Lagerfeuer gesessen und auf die anderen gewartet. Sie waren ja vermutlich vom Täter mal abgesehen, der Letzte, der mit dem Herrn Tellmann gesprochen hat. Ja, wahrscheinlich. Das ist so schrecklich. Am Weg zum See hat mir Jens noch erzählt, dass er mit Kim zusammen ist und wie glücklich die beiden jetzt sind. Den anderen wollten die beiden es erst später sagen, aber von mir wollte er nicht länger Geheimnisse haben. Er war mein bester Freund und er fehlt mir sehr. Ach, hör doch. Ist bei Ihnen alles in Ordnung, Herr Ferngert? Ja, es geht schon. Danke. Weißt du, was ich nicht verstehen kann, Leonie? Wenn du ihn doch so geliebt hast, warum konntest du ihn denn nicht sein Glück mit Kim gönnen? Weil ich einfach wusste, dass wir viel besser zusammenpassen als er und diese Kim. Von wegen Zusammenpassung wollte ich ihn doch nur besitzen. Du hast doch nichts und niemanden mehr wahrgenommen. Er hat mit dir geschlafen, er hat dich benutzt, er hat dich einfach weggeworfen. Du hast das nicht kapiert. Sagen Sie, Herr Ferngert, können Sie sich denn vorstellen, dass es so ist, dass hier die Angeklagte, die Frau van der Leugt, den Herrn Thelmann die Klippen runtergestößt hat? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, mein bester Freund ist tot. Und das ist ein schwerer Verlust. Ach, hör doch auf, Marcel. Du weißt doch ganz genau, dass eure Freundschaft angeknackst war. Und du hast ihm das nie verziehen, diesen One-Nine-Stand mit Leonie, dieser. Wie kannst du sowas nur sagen, Kim? Er war mein bester Freund, da werde ich auch wohl noch trauern dürfen. Das ist ja alles sehr interessant. Erzählen Sie doch bitte weiter, Frau Kim. Wobei ich Sie weiter darauf hinweisen muss, dass Sie immer noch als Zeugin hier sind und die Wahrheit sagen müssen, ja? Ja, also da gibt es nicht viel zu erzählen, das sind halt Fakten. Jetzt, Marcel, der hasst es, zurückgewiesen zu werden. Sie sind ähnliche Typen, Leonie und Marcel. Und jetzt ist Leonie eine Herausforderung gewesen für Marcel. Und als ich, als du erfahren hast, dass ich mit ihm geschlafen habe oder er mit mir geschlafen hat, da bist du doch vollkommen ausgerastet. Na und? Ich mag dich halt irgendwie. Danke, wie nett von dir. Na, außerdem wusste ich doch, dass er es eh nicht ernst mit dir meint. Das hat mir halt irgendwo leid getan. Aber das gehört doch alles gar nicht hierher. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das alles gar nicht hierher gehört. Denn immerhin waren Sie ja der Letzte, der Herr Tellmann Leben gesehen hat. Außer dem Täter. Es sei denn, Sie sind der Täter. Also, jetzt muss ich Sie belehren, Herr Fanger, dass Sie sich als Zeuge vor Gericht nicht selbst belasten müssen. Ja, wenn Sie die Frage wahrheitsgemäß beantworten würden. Also, vielleicht sind Sie mit ihm meinteinander geraten, weil Sie gehört haben von ihm, dass Ihr Freund immer noch hinter ihr her ist. Oder es geglaubt haben zumindest. Und das haben Sie nicht verkraften wollen. Das ist doch Blödsinn. Ich hätte mich niemals mit Jens gestritten. Erst recht nicht wegen einer Frau. Ich habe mir gerade was ganz anderes gehört. Warum hast du dich eigentlich nach Jens Tod bei keinem von uns gemeldet, Marcel? Nicht nur mich hast du angerufen. Ich dachte, wir sind Freunde. Du hast mich ganz schön gekränkt. Ich war halt ziemlich beschäftigt und hat viel zu tun. Und irgendwie muss ich die Sache auch verarbeiten und wollte allein sein. Müsst ihr verstehen. Von wegen verarbeiten müssen, Herr Fanger. Sie werden mit Ihrer Schuld nicht fertig. Sie haben es getan. Sie haben in die Klippen runtergestürzt. Geben Sie es jetzt endlich zu, Mensch. Nein! Ach, nein, nein. Ich habe damit nichts zu tun. Du Mistkerl. Und wegen dir setze ich in diesem Loch. In diesem. Noch nie bin ich so mies behandelt worden wie dort. Das war schon überhaupt kein Grund. Der war mein Freund. Ach, weißt du, nämlich die ganze Zeit am Zelt hast du mich schon angegrabscht und angebaggert. Und als die Jens erzählt hat im Wald, ja, dass er eine neue Freundin hat, da hast du nämlich gedacht, ich wäre es, aber dass es unsere kleine Studentin hier ist. Darauf bist du nicht gekommen. Und dann hast du ihn kalt, kalt einfach umgebracht. Stimmt das, Marcel? Hast du ihn umgebracht? Nein, ich war es nicht. Mach den Mund auf, Marcel. Frau Fanger, das reicht jetzt. Verstöne, ich sage uns endlich, was passiert ist. Hey, Marcel, es hat doch alles eh keinen Zweck mehr. Es wird doch eh alles rauskommen. Marcel, sag jetzt die Wahrheit. Hast du etwas mit dem Tod meines Bruders zu tun? Dann fang eins. Mach den Mund auf, Marcel. Jetzt sag was. Hört doch endlich alle auf. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Verdammt, es war ein Unfall, ein schrecklicher Unfall. Ich wollte das nicht und müsste mir glauben. Er ist abgerutscht. Und dann ist er gefallen. Ich habe ihn noch versucht, fesseln, aber nur in der Jacke erwischt. Und? Verdammt, ich wollte das doch nicht. Er hat geschrien in seinen Augen. Was ist denn zwischen Ihnen und dem Herrn Tillmann da vorgefallen, Herr Fangert? Als Jens und ich zum Seegang bin, habe ich ihn noch mal darauf angesprochen, weshalb er sich so abgekapselt hat und sich nicht mehr meldet bei mir. Und auch gefragt, weshalb er immer bei Leonie einen Strich durch die Rechnung macht, weil er ja wusste, dass ich sie wollte, Interesse an ihr hatte. Und, aber er kam nicht so recht mit der Antwort raus, hat nur rumgedruckt und irgendwie hat mich da sauer gemacht. So wie ich das verstehe, haben Sie dem Herrn Tillmann Vorwürfe gemacht? Ja, ich habe ihm gesagt, beziehungsweise er wusste doch, ich habe Interesse an Leonie und da habe ich es einfach nicht verstanden. Und ich habe es halt immer dagegen lenkt. Und, ja, dann hat er mir gesagt, dass er wohl jetzt, dass ich ihm nicht böse sein soll, dass er so lange nichts gesagt hätte, aber er hat jetzt halt eine neue Freundin. Und Sie haben dann sofort gedacht, dass es sich um Frau van der Leuk handelt? Ja, klar habe ich direkt gedacht, es dreht sich um Leonie. Aber ich war dann so sauer, ich habe ihn gar nicht mehr richtig zu Wort kommen lassen dann, habe ihn auch weggestoßen, ziemlich heftig sogar. Du bist doch so ein Mieser, mir fällt nichts ein. Wegen dir, ja, wegen dir sitze ich seit, ich weiß nicht, wie lange in diesem, in diesem Loch und überhaupt, ja. Frau van der Leuk, es reicht, es reicht jetzt. Es reicht. Es reicht jetzt, habe ich gesagt. Ich wollte das doch auch nicht. Schon schlimm genug. Jeden Nacht sehe ich diese aufgerissenen Augen und dann wache ich auf und überall sehe ich im Zimmer nur noch Jens. Das ist alles so schrecklich. Und das wollte ich doch nicht. Sind an Herrn Fanghardt noch Fragen? Ich denke, dass wir die Vernehmung abschließen können. Denke ich auch. Fragen keine. Ich werde gegen Sie ein Verfahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge einleiten, Herr Fanghardt. Und Sie müssen mit einer Freiheitsstrafe also mindestens von drei Jahren rechnen. Der Zeuge bleibt als Tatverdächtiger nach 60. Sie wird es wohl unvereidigt. Nehmen Sie bitte dort hinten Platz. Anträge in der Beweisaufnahme werden keine mehr gestellt. Dann wird die Beweisaufnahme geschlossen. Ich darf Sie um den Plädoyer bitten. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, die hier sehr lange Beweisaufnahme hat ergeben, dass die Angeklagte die Tat nicht begangen hat. Es ist hier herausgekommen, wer der wahre Täter ist und dieser wird dann auch deswegen zur Rechenschaft gezogen werden. Ich beantrage, die Angeklagte freizusprechen und den Haftbefehl aufzuheben. Dankeschön, Frau Staatsanwältin, Rechtsanwaltbotscheid. Hohes Gericht, sehr geehrte Frau Kollegin, ich schließe mich mit dem Antrag an und ja, meine Mandantin ist nicht die Täterin in dieser tragischen Geschichte. Frau van der Leuk, Sie haben das letzte Wort. Danke, ich habe nichts zu sagen. Dann berät sich die Kammer, setzt anschließend zur Urteilsverkündung fort und Herr Bachmann, falls der Herr van der Leuk zur Urteilsverkündung wieder reinkommen möchte, können Sie ihn wieder reinbitten. Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil, die angeklagt wird auf Kosten der Staatskasse, die auch ihre notwendigen Auslagen zu tragen hat, freigesprochen. Sie ist für die Zeit der zu Unrecht erlittenen Untersuchungshaft zu entschädigen. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, zur Sache selbst ist ja nun nicht mehr so viel zu sagen nach dieser Beweisaufnahme, aber Frau van der Leuk, eins kann ich nicht verstehen, warum es so viele Menschen in Ihrem Umfeld gibt, die Interesse an Ihnen haben, die Sie mögen, die vielleicht sogar ein Verhältnis mit Ihnen beginnen wollen, die Frau Schweiger, der Herr Fangert, das Opfer, das ja offensichtlich auch mal Interesse an Ihnen hatte. Vielleicht liegt es am Gelten. Eine andere Erklärung habe ich dafür persönlich nicht. Dass Sie hier zu Unrecht angeklagt worden sind, hat natürlich mit dieser Beziehung zu tun. Der Einzige, der das offensichtlich erkannt hatte, war das Opfer und da lag die Vermutung nahe, dass er vielleicht deshalb sterben muss. Das war aber nicht so. Es gab einen anderen Grund, wie wir heute hier erfahren haben. Aus diesem Grunde sind Sie frei zu sprechen. Mit der sich daraus ergebenden Kostenfolge für die Untersuchungshaft sind Sie zu entschädigen. Das wird Ihnen wahrscheinlich von der Höhe nicht genug sein, aber da gibt es eine gesetzliche Grenze. Das kann ich nicht ändern. Sie haben kein Rechtsmittel. Seitens der Staatsanwaltschaft werden Erklärungen abbegeben. Rechtsmittel verzicht. Dann ist dieses Urteil rechtskräftig. Dann bleibt mir nur noch übrig, den Haftbefehl aufzuheben und Entlassungsersuchen zu erteilen. Damit schließe ich die Sitzung. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF.